10 Fakten über die Welt, sowohl mit positiver als auch mit negativer Entwicklung. Nur 50% der Weltbevölkerung hat Zugang zu einer Internetverbindung. Dafür gibt es jetzt bereits 500 Menschen in Schwellenländern, die über ein mobiles Bankkonto verfügen. Zwar benötigen wir für unsere Energieversorgung zu 84% immer noch fossile Brennträger, aber die Menge an erneuerbaren Energien hat sich bereits in den letzten Jahren verdoppelt und wächst aktuell schnell. Immer noch leiden 1 von 3 Kindern weltweit an Bleivergiftungen. Dafür nehmen die jährlichen globalen Todesfälle durch Naturkatastrophen rapide ab. Immer noch haben fast 20% der Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Dafür ist die Menge an ozonschädlichen Substanzen um 98% gefallen. Immer noch landet viel zu viel Plastik im Ozean, dafür hat die Menge an Ölkatastrophen.